Wir sind Lime Metrics und Teil vom IBM Partnerprogramm und wir demonstrieren hier eine Produktionsumgebung, weil unser Produkt ist eine Plug-and-Play-Lösung zur Maschinendautenerfassung, was vor allem für kleine und mittlere Unternehmen sehr wichtig ist, dass es sehr einfach funktioniert. Und das ist, was wir hier demonstrieren. Hier sehr einfach machen, eben Daten von der Maschine in unsere Public Cloud zu bringen. Das heißt, man hat keinen IT-Aufwand vor Ort, sondern man nimmt diese Box in Betrieb, verbindet sie mit der Maschine und hat die Daten sofort in der Cloud zu verfügen. Und kann damit eben feststellen, einfach nur Dokumentation, wie viele Stücke habe ich produziert, hat es Störungen gegeben, was ist die Energieaufnahme vom Gerät. Das ist die Energieaufnahme vom Gerät. Das ist die Energieaufnahme vom Gerät.